Guck mal, hier steht... Morgen! Can you say me? Ja! Was machen wir? Hier so langlaufen jetzt, denke ich mal. Aber hier ist ja jetzt eine Karte. Dann weiß ich doch, wo das ist, oder? Ach, oder muss ich das hier jetzt auf der Karte anklicken? Das ist eine fucking... Das kann auch hier... Nicht reden, wir dürfen das mit uns ausmachen. Ja, aber das kann doch auch am Rhein sein, Digga. Also, wenn das am Rhein ist, weiß ich jetzt nicht. Okay, auf der Karte geben wir unseren Guess ab. Wie weit kann ich denn jetzt hier noch geradeaus laufen? Ja, Stunde, zwei, drei... Du kannst ja jetzt... Ist mal hier irgendwas kommen? Was soll hier sein, Leute? Wie weit muss ich... Kann ich nicht mal ein bisschen rechts, links? Ich kann ja nur geradeaus laufen. Hier passiert ja gar nichts. Du kannst so weit gehen, wie du Zeit hast. Ja, wie viel Zeit habe ich? Zwei Minuten. Ach ja, ich laufe mal ein bisschen, Schatz, ne? Achtet mal auf Schilder. Das ist ein fucking... Hey, hier ist einfach nichts, hier ist Wüste. Aber warte mal, die Bäume... Ich sag... Aber das sollst du ja jetzt wegmachen, dann. Was muss ich weg... Ach so. Aber wir haben halt eh kein Plankraut, ne? Also wir können es auch lassen, einfach. Nein, ich würde mich festlegen jetzt. Such einfach irgendwas aus jetzt. Da sind noch 50 Sekunden. Ich hätte irgendwie Kroatien gesagt. Du nimmst Ibiza, oder was? Mhm. Ich bin ganz klar für Ibiza. Oh! Alter, äh... Strong! Wirklich! Gut gemacht! Boah, wir waren schon heftig schlecht, ne? Ja, aber mit Kroatien wäre ich auch nicht besser gewesen. Nein, 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 nein. Round two! Oh, das ist, äh... Man kann sich wohl auch so drehen. Ja, ja. Was steht denn da an der Wand? Ah, guck mal. Ja, weiß ich. Weiß ich, wo wir sind. Und zwar hier. Ich hab groß gemacht. Ja, ja, mach mal groß. Hier sind wir. Warte. Äh... Let me have a look. Junge, wenn ich jetzt wüsste, wo das wäre, ne? Weiß ich. Weiß ich, wo wir sind. Dann hätte ich sie schon angeklickt. Alter, wir sind richtig krass. So, in fünf Sekunden wird das Ergebnis... Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und es ist... Weiß ich. Weiß ich, wo wir sind. Thailand war's. Diese Runde wird auf Sneaky ohne Sound gemacht, damit die anderen von unserem Talent nichts mitbekommen. Okay, was steht hier denn? Digge, keine Ahnung, Mann. Lass weitergehen, Katrin. Die denken auch, ich bin Mexikon. Ich hab keine Ahnung, Alter. Mann, ha, he, ha, ha, lol. So, sehen wir uns mal weiter um. Was das denn da? Oh, ein Stand. Und das Haus da. Sieht aus wie ein Haus. Warte mal. Vielleicht kann man an der Schrift was erkennen. Was steht denn da? Bomenbi yudach pur. Sneak dan me jenoman. Wild. Keine Ahnung, wie das uns weiter helfen soll. Gibt's hier noch was anderes zum Anluschern? Anhand des Mobilfunktarifs soll ich jetzt das Land erkennen. Oder was? Ach du Kacke. Schatz, sag was. Hä, wir hatten uns doch auf Fahrt schon geeinigt. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Weiß ich. Weiß ich, wo wir sind. Ach du Scheiße. Sie hat einfach... Ich hab mich verlaufen. Völlig was anderes genommen. Ey. Was sieht mir denn? Ich hab mich verlaufen. Ich hatte nicht gemerkt, dass ich nur noch so wenig Zeit hatte. Und dann kam ich da nicht mehr weg und hab aus Versehen so reingezoomt und so. Aber was ist es denn? In Gonesien. Ich wollte auch da hin. Ich wollte hier in die Ecke. Ehrlich jetzt. Sure, Jan. Aha. Oh mein, die andere Richter fahren. Fahren, fahren. Guck mal, hier steht. Morgan, can you say me who we are? Ja, who vor allem. The Kalimba's. Morgan, where we are? Not running away. Hey, please stay here in C.S.S.A.S. Oh, I'm through the... Guck mal hier. Treppel. Tolo en Lantas. Ey, da waren wir schon mal. Terpelt. Aber ist das wieder Rechtsverkehr, ne? Wir sind wieder... Kennzeichen. Wo haben wir da? Kennzeichen. Gelbe Kennzeichen. Gelbe Kennzeichen. Gelbe Kennzeichen. Paro. Okay, Marli. Kann ich bitte auch mal die Maus nehmen? Nimm, du hast eine eigene Maus. Ja, aber dann ist ein Zeiger. Dann sag, dass ich loslassen soll. Ist doch kein Thema. Schrei mir nicht an hier, nur weil du schlecht bist. Ich hab die Maus. Alles klar, Abfahrt. Ich muss erst mal klarkommen. Wie drehe ich das denn? Hast du noch nie Google Maps benutzt? Ne. Für was? Mit Finger. Nicht mit Dings. Ja, sag doch mal eben. Ja, draufklicken. Was machst du? Einfach draufklicken und dann fährst du da hin. Ja, sag das doch. Hä? Sorry, ich dachte, das wäre so klar. Nein. Ich mach das sonst. Oh mein Gott, das hat immer so... Aha! Du schnickst, Gatti. Vor allem, du weißt, es geht ja auf Zeit. Ja. Und sie sagt so, oh mein Gott. Und redet einfach nicht mit mir. Ich will zu dem Schild, Mann. Ja, dann klick da hin. Ich kann nicht. Klick sie hin, du kannst es nicht. Ich bin so blöd. Zieh doch mal hoch. Zieh doch mal. So. Guck mal, Dreißiger-Schild. Wo ist das denn los? Vorsicht, Kofferleute laufen über die Straße. Hier. Ja, was steht da? Das ist doch Español, oder nicht? Tepra Cobaltines. Das ist ganz klar, äh, ist das Venezuela. Kann nur das sein. Sehe ich doch. Weiß ich. Weiß ich, wo wir sind. Wir haben noch 30 Sekunden, ne? Du willst so langsam auf die Map gehen. Oh. Was? Wie soll ich das jetzt machen? Was hast du gemacht? Was klickst du da an, Schatz? Hä? Was machst du? Wie, was mach ich? Alter, du kannst nicht einfach in andere Bildschirme reinklicken, ne? Würdest du mich verarschen, bin ich die ganze Zeit hier? Du bist rübergegangen. Du hast ein random Bildschirm angeklickt. Ich will mich rübergegangen. Du hast eine random Szene in OBS angeklickt, bitte. Hab ich nicht, Schatz. Ich schwör auf alles. Ich hab hier die ganze Zeit. Wer hat das denn sonst gemacht? Die Solde, oder was? Die ist doch schon selbstverständlich. Wo sind wir denn jetzt gelandet, Schatz? Hier in Mexiko genommen. Und wo ist es? Auf die Schnelle. War gar nicht so schlecht. Und es ist Brasilien einfach. Ja. Scroll mal rein. Zoom mal ran. Kann ich doch auch. Kolumbien, Schatz. Oh, geht aber doch. Ja, sag ich doch. Hä, geht doch voll viel. Aber du hast hier Venezuela gesagt, ne? Guck mal. Ich hab gesagt, es ist Venezuela. Weiß ich. Weiß ich, wo wir sind. Komm, ich will das nicht mehr. Das macht mich richtig kaputt. Ich hab mir richtig Angst, ey. Ich gleicht mich auf einmal in einem anderen Stream. Einfach sitze ich neben Gronkh oder so? Neben Brasilien. Aber guck mal, ich sag, das ist Venezuela. Ich bin schon krass. Bisschen, ne? Ja. Oha, ich wär richtig nah dran gewesen. Naja, macht ja nix. So, final round. Jetzt rasieren wir direkt auf On Point. Oh, das ist, das weiß ich. Warte, hier wohnt doch der Wendler. Das ist doch das Haus von... In Amerika, ne? Kann ich nicht mal rein so? Okay, Malin, wie oft soll ich... Vielleicht seh ich doch jetzt hier die Laura Müller rauslaufen. Kann halt sein. Vielleicht macht die gerade einen Onlyfans-Post. Und catcht ein bisschen Sonne. Hä? Could be. Ey, das sind krasse Häuser. Ich sag dir. Aber krasse Häuser, aber warm. Weil man sieht, guck mal hier, ne? Trockener Grünstreifen. Ist also hohe Temperatur. Würde ich also eher zu Süden tendieren. Ähm... Wie sagt das? Wir haben die ein Stück Kennzeichen nicht abgelingst. C-Y. Ich war auch hier schon. Ah, guck mal. Hier steht noch ein Auto. Das nehmen wir mal kurz mit. I'll be taking that. So, ich will mich noch mal kurz umschauen. Ah, ich glaub noch mal Fünferwendler. Bin mir fast sicher. Keine Minute noch übrigens, ne? Ja, ja. Äh... Ich würde fast sagen, dass ich mich... Guck mal hier. Was haben wir hier? Klassischer Weihnachtsmann auf dem Dach. Ah, ich... Okay. Okay. Ja. Da haben wir wohl richtig gelegen. Weiß ich. Weiß ich, wo wir sind. Was soll hier sein, Leute? Und ich freue mich, wo wir sind. Und ich freue mich, wo wir sind. Und ich freue mich. Und ich freue mich, wo wir sind. Vielen Dank.